Ja, wen darf ich einladen? Wer möchte sich einmal vorstellen hier in diesem Kreis oder auch erklären, warum man hier zu den Friedenswachen machen kann? Darf ich dich, Sie bitten? Ja? Ja, hallo. Ich bin der Wolfgang und ich bin zwar nicht jedes Mal dabei, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Seit dem letzten Jahr, irgendwann einmal, hat es begonnen. Ich glaube, dass der Friede für uns eines der wichtigsten Dinge und der grundlegendsten, im Prinzip Ressourcen für uns ist, damit wir ein menschenwürdiges und fröhliches Leben führen können. Und deswegen bin ich ganz einfach hergekommen, habe mir angesehen, was passiert. Und ja, ich sehe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Auf der einen Seite gibt es die Friedensmahnwache jetzt schon ein Jahr, aber für mich ist das Wachstum oder der Zulauf eigentlich zu gering und ich kann es nicht ganz verstehen. Wenn wir jetzt zurückblicken, am letzten Samstag, die Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen waren sicher ein wichtiger Punkt. Aber ich denke, dass genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger, die Sicherung des Friedens für uns ist. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen an der Nase nehmen und versuchen, unsere Mitmenschen einfach aufzuwecken. Und ja, für alle, die da sind, danke, dass ihr da seid und für alle, die nicht da sind, ein guten Morgen und wacht auf! Vielen Dank!